Hat man Sie auch mal versucht zu rekrutieren? Nein, aber ich weiß von anderen Menschen, wie das abgelaufen ist. Da gab es in unseren Kreisen viele, die sich auf eine ganz besondere Weise davon losmachen konnten. Sie haben nämlich, weil sie aus kirchlichen Kreisen kamen, gesagt, ich habe mit meinem Seelsorger darüber gesprochen, dass sie mich anwerben wollten und der hat mir abgeraten. Und damit war das Ganze hin, weil ja da eine Dekonspiration erreicht war. Der Seelsorger hatte aber Schweigepflicht, also ein Pfarrer hatte ja Schweigepflicht und dem konnte man ruhig erzählen, was einem begegnet war. So hatte man also den eigentlich doch noch zur Stange gehalten und gesagt, ich habe ja mit keinem darüber gesprochen, der es weitergeben kann, aber ich kann nur leider doch nicht für euch arbeiten. So haben sich viele dessen entledigt, das wurde einem auch als Rat gegeben. Wenn man gefragt wird, dann sagt doch, ihr habt mit einem Dritten darüber gesprochen, einer Vertrauensperson, um euch zu beraten und dann lassen sie euch in der Regel in Ruhe.